Okay, ich bin gerade mit Anna unterwegs und Anna wird jetzt den Fans verraten, wie man, wie ein Junge ein Mädchen dazu kriegt, dass es Loch gibt. Okay, du musst es verstehen, das ist aus einem Video, da hat Sanji erklärt bekommen von so einem Bunny Checker, wie es geht, weißt du? Okay, wie kriegt ein Junge dich dazu, dass du Loch gibst? Ah, da muss ich einen riesigen Penis haben, eine schöne Frisur. Hallo, wenn ich bald Glatze habe. Dann ist das so gelitten. Er muss cool sein und berühmt sein vor allem und keine Kohle haben. Und der Cousin von meinem Bruder sein. Wie wär's mit Videoamt? Videoamt ist berühmt, hat eine schöne Frisur. Ist aber nicht dein Cousin. Okay, auf den weg!